Patrick, 4 zu 0 gewonnen im Derby gegen Zweibrücken. Wie sagst du das Spiel? Ich finde, wir haben heute eins unserer besten Spiele gemacht. Wir haben hinten, glaube ich, keine einzige Torchance zugelassen. Wir haben dann vorne die Dinger relativ gut ausgespielt und wie gesagt, es war eine Top-Leistung von der ganzen Mannschaft. Du hast heute gleich drei Tore gemacht. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, für mich ist dann heute auch ein bisschen gelaufen. Ich habe mich in den Lauf reingespielt, aber ohne die Leistung von der Mannschaft, was wir hinten so sicher gestanden sind, wäre das auch nicht möglich gewesen. Gianni, wie sagst du das Spiel? Ja, wir sind eigentlich richtig gut gestanden, haben kaum Chancen zugelassen. Und ja, wir haben die Chancen endlich mal genutzt und es war ein klar verdienter Sieg. Wie geht es jetzt die nächsten Wochen weiter? Ich hoffe, genauso, wie wir bis jetzt gespielt haben. Ja, wenn wir jetzt immer die Leistung so abrufen, dann sehe ich da sehr viel Potenzial. Ja, wir haben die Leistung so abrufen. 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 Vielen Dank.